Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus Raft. Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. Ja, in der letzten Folge haben wir ja da den Grill gebaut und die ersten Fische gefangen und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Ah, da hinten ist eine Insel, da müssen wir hin. So, jetzt dorthin müssen wir dann einmal die Ressourcen sammeln da wieder. Ah, da hinten ist ein. Ja, ja, komm da her. Dann müssen wir das vor sammeln. Und dann schauen wir einmal weiter. So, jetzt müssen wir da noch ein Ding ams machen. Wir bauen mal Kunst auf einen Plank. Nein. Oh. Dann fahren wir einmal da. Oh, dann gehen wir da. Ah, jetzt haben wir keine Steinachs mit. Guck mal, wer die coole Musik hat. Ah. Da gibt's nix. Und nicht auf jeden Fall die Dingens. Es ist los. Ah, da gibt's eine Melone. Okay. Ja, da gibt's haben wir da. Da gibt's den Lichten. Da gibt's den Lichten. dann warst du schon wieder darauf einseln jetzt werden wir einmal da aufs ding gehen wenn wir wieder draußen segeln wenn man doch ressourcen sammeln und dann war es das ein es bin wieder einig von man man ok oh 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 und da kommen schon wieder die ersten sachen und da vorne ist eine insel wie man sieht jetzt brauchen wir erstmal blanken ja jetzt kommt er so ist die blanke wieder ja ja beiß mir wieder ausrecht hey wo ist jetzt da gegarte fischi also man 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 wenn man wo sie es Oh, wir müssen es mal. So, dann werden wir da noch schnell das aufsammeln. So, dann werden wir 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 das aufsammeln. So, aber bis es weiter geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.